Uga Gunti, so viele Chancen, so viele probiert auf einer Skala von 1-10. Frustrierend ist es heute am Abend kein Goal erzielt, am 1-1 am Schluss schon, aber insgesamt fast kein Goal erzielt gegen die CLC Lions. Ja, sehr frustrierend. Ich habe das Gefühl, wir hatten genug Chancen. Ich habe das Gefühl, wir haben auch wieder besser gespielt als das letzte Spiel in Langnau. Und ja, sonst haben wir mein Goal geschossen, heute haben sie nicht alleine. Es gibt so ein Abend, aber ja, es ist schade, weil ich habe das Gefühl, heute wären wir eigentlich gut unterwegs gewesen. Genau das Gefühl, man kann, Samde schon noch, das kann man nicht beeinflussen, man gewusst, was passieren kann. Trotzdem, Corona heute noch so kurzfristig, wie hat man das im Team innen aufgefangen und was hat das für einen Einfluss noch gehabt? Ja gut, am Morgen haben wir noch nicht ganz gewusst, wie es jetzt wird laufen, aber als wir dann gehört haben, dass wir spielen werden, ist eigentlich ganz normal gewesen. Wir müssen ja, es gehört dazu, es wird schon noch ein paar Mal so sein. Und ja, ich habe das Gefühl, wir haben es eigentlich recht gut aufgenommen. Ich habe das Gefühl, es hat mich über mich über die Reaktion gemacht, das ist wirklich richtig, ganz normal. Und ja, das ist einfach ganz schön,